The following video is rated p und dadurch kann man sich hier seine geile scheiße hier aufwerten ich kaufe mir jetzt einfach mal die uzi weil ich mit der schon ziemlich oft niedergeballert wurde aber jetzt kann man die natürlich noch irgendwie sicherlich nicht okay die uzi ist by the way echt cool ja weiß ich nicht bis auf welches level kann man sich eigentlich hoch also kann man hoch das weiß ich jetzt in der beta ehrlich gesagt gar nicht aber bei dem standard wird es wahrscheinlich wieder level 100 sein also bei 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 350 oder was das ist bei 15 mal neu anfängt ok ok ich hab schon irgendwo geballert und ich weiß wieder nicht wo es lang geht ja das ist der hedi glaube ich oh ja der hedi ist nervig ja geil jetzt muss ein bisschen das ding rum hehehe junge junge oh mein gott verrückter kopf verrückter mongo kopf äh leute ich hab den loot leute ich hab den loot das loot wäre cool wenn mich jemand abholt im auto am besten oh Junge wenden steht erstmal ich kann mich gerade in Leitung schnappen ich hole meinen Arm und SUV jawoll du war wie wenn du guckst guckst du guckst du guckst du guckst du guckst du guckst du anvisieren 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 dann kann man schon versuche ich dich noch zu retten und dann ist leider nicht mich umgenudelt jetzt bauen wir kosten oh mein gott fucking out ich bin ausgeschnitten er fährt auch knallt weiter ne ja sicher da hinten laufen welche oh ich hab mir sogar eine mitgegeben ey aber Carsten dahinten ah ok jetzt ist er schon tot Carsten warte er ist glaube ich rausgeflogen würde ich sagen oh mein gott ne ne nein bin ich rausgeflogen boah die UC macht echt gut was weg ey mal am Arsch ja wo ist denn der GF denn jetzt oh das ist doch nicht mal Baggy das ist ohne von gar nichts alter Junge jetzt mach ich sie alle weg ey oh hallo Kapp 10 ey ist UC echt zu gut ja ohne spaß ey what the fuck ich hab grad vier leute hintereinander weg gemacht ey du hattest den nicht getötet gab barbie was denn der hier vorne lag war noch am leben der war noch am leben der war noch am leben was ich hab ihn dir halt schön vorbereitet was so ein schönes saftes steak ist ein auto einfach am polizei auto jawoll ja ohne spaß er ist erstmal explodieren an mir vorbeigerast wie der letzte lutscher ich krieg auch Geld dass die niemand wiederbelebt ey wie lady die die auf ecstasy und meth ey das iron set von uns finde ich auch nicht so schlecht naja ich finde das irgendwie ein bisschen zu klein ey da haste recht lol scheiße nicht zweit gehandelt lol polizei autos kann ich wahr sein ich verlass mit den autos hier auch ziemlich lustig dass da endlich mal keine panzer sind ey oh mein gott weil ich mag panzer ja normalerweise nicht so im battlefield ja ich glaube nicht dass hier in dem ich kann mir vorstellen dass da noch wirklich gepanzerte fahrzeuge kommen die äh 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 das die äh die äh ich bin gefallert nicht schiff wieso gas alter hat mich da oben wieder mit dem rpk Alter ich mach da einen weg ne ey diese Leute die immer mit dem rpg auf leute schießen ja das ist halt immer schon schon immer so gewesen ne die äh und dann braucht man so weg ok ok da liegt hallo das wollte mich umdrehen die vier kills alle hintereinander gemacht aber gut glaube ich habe einmal jemanden überfahren das ist der punkt gewesen ja gut damit auch war das jetzt mal die gangster sicht und das nächste mal dann vielleicht aus der sicht von jemand anders ja ist okay aber bis später